Hi Leute, dies ist ein improvisiertes Video, weil das eigentliche Video, was ich senden wollte, kann leider nicht gesendet werden. Dies und vieles mehr erfahrt ihr nach dem Intro, warum das Video nicht gesendet wird. Also Leute, mein Laptop ist gestern Abend beim Schneiden das eigentliche Video auf Baden gegangen. Da habe ich mir gedacht, ich gehe auch baden und bin spontan in den Urlaub gefahren. Und jetzt zeige ich euch die Arten, mit denen die Schwimmer im alltäglichen Leben zu kämpfen haben. Outtake, nicht Outtake, Aua, Aua, nicht Aua, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wird lustig, also come on! Der Sorten Untertitelung. BR 2018 Endlich Schulzugtraining. Ich kann es kaum erwarten, die Schulzug kommen. Untertitelung. BR 2018 Endlich Schulzugtraining. Untertitelung. BR 2018 Endlich Schulzugtraining. Ey, es wäre cool, wenn ich ein Distanzführer wäre. Wüsste aber nicht, ich bin Distanzführer. Du hast aber die längere Pause. Du musst nicht immer sprinten. Auf die Plätze. Start. Start. Do it. Up. Brille polo. So, man hat sich ein bisschen nachvollziehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018